Das ist eine alte Holztreppe. Eine neue wäre sehr teuer und würde viel Arbeit bedeuten. Das ist Wladimir. Er sagt... Eine alte Treppe muss man nicht mühselig schleifen. Sie kann man sandstrahlen. Er macht das schon seit über 10 Jahren und ist Marktführer. Also wenn der dir nicht helfen kann, dann keiner. Und das ist Tanja. Sie sagt... Sandstrahlen in einem bewohnten Haus? Gar kein Problem. Und dauert meist nur einen Tag. Aus hässlich wird schön. Aus alt wird neu. Aus kompliziert wird einfach. Ihr Sandstrahl-Experte für Holztreppen in ganz Deutschland.